Der Totoku CCL356i2, der in Deutschland durch die Rhein Medical GmbH vertrieben wird, ist ein 3 Megapixel Farbbefundungsmonitor für die Anwendungskategorien A und B. Die Auflösung von 3 Megapixeln erlaubt den Einsatz im radiologischen Bereich und ist besonders für die exakte Anzeige von Extremitäten und Thoraxaufnahmen geeignet. Feinstrukturen werden durch die 16-Bit Lookup-Table ohne Artefakte bzw. Versatzstücke angezeigt. Bei der entwickelten Uniformity Correction wird die Bildfläche in mehrere Zonen aufgeteilt und aufwendig vermessen. Eine Kombination aus Elektronik und Software justiert wie bei einem Equalizer die Helligkeiten der einzelnen Zonen, wobei selbst minimale Unterschiede eliminiert werden. Das Ergebnis ist eine homogene Leuchtdichte über die gesamte Bildfläche. Die für den Totoku Monitor empfohlene Grafikkarte übermittelt via DisplayPort-Schnittstelle ihre Bilddaten. Die Bildstabilität wird durch drei Sensoren sichergestellt. Diese prüfen ständig Umgebungslicht, Innentemperatur sowie Displayhelligkeit. Die Helligkeit liegt bei voreingestellten 300 Candela pro Quadratmeter. Die leuchtdichte Verteilung wird ab Werk optimiert. Ein automatisches Herunterdimmen der Hintergrundbeleuchtung in den Arbeitspausen sorgt für eine Verlängerung der Nutzungsdauer. Diese liegt bei mindestens 30.000 Stunden. Per Ferndiagnose kann Ihr Servicepersonal jederzeit auf die Betriebswerte wie zum Beispiel die Betriebsdauer oder die aktuelle Leistung der Hintergrundbeleuchtung Ihrer Totoku-Monitore zugreifen. Rhein Medical – We make your e-health come alive!